Ein Fehler, den die meisten von uns auf der Suche nach dem ganz großen Glück begehen, ist der, äußeren Lebensereignissen zu viel Bedeutung beizumessen. Seien wir doch mal ehrlich, wer von uns hat es nicht schon einmal gedacht, dass er erst glücklich sein wird, wenn er erst einmal mehr Geld oder die Beförderung bekommen hat, wenn er umgezogen ist, eine Auszeichnung gewonnen hat oder sich endlich ein neues Auto leisten kann. Was wir bei dieser Rechnung aber nicht einkalkulieren, ist schlicht und ergreifend die Macht der Gewohnheit. Be Yourself, endlich die eigene Mitte finden und weg von der ewigen Selbstsabotage. Mein Name ist Dennis Vorberg und ich freue mich, dass Du mich auf meiner Reise zurück zum Glück begleiten willst. Bist Du bereit? Dann lass uns losgehen! Wir alle haben ein angeborenes Ausgangsniveau an Glück und Zufriedenheit. Einen sogenannten Setpoint of Happiness. Äußere positive oder negative Lebensereignisse können diesen Setpoint kurzfristig zum Guten oder zum Schlechten verändern. Doch die Effekte sind nicht von Dauer. Schon bald kehren wir zu unserem Ausgangsniveau an Zufriedenheit zurück. Die Wissenschaft nennt dieses Phänomen hedontische Adaption oder schlichtweg die Gewöhnung. Die Autoren Brickman, Coates und Janov-Buhlmann wollten es genauer wissen und verglichen die Zufriedenheit von Lotteriegewinnern mit der von Menschen, die weder etwas Besonderes Positives noch Negatives erlebt hatten. Und tatsächlich, diejenigen, die kürzlich eine große Summe Geld in der Lotterie gewonnen hatten, waren bereits wenige Monate nach dem Gewinn nicht glücklicher als die Personen in der Kontrollgruppe. Klar, die erste Nacht in einem Fünf-Sterne-Hotel oder der erste Segeltörner auf der Privatjacht mögen großartig sein. Aber nach der 400. Nacht im Fünf-Sterne-Hotel kennt man das Marmorbad zur Genüge, interessiert sich nicht länger für das prachtvolle Blumenarrangement auf dem Tisch und bricht auch nicht mehr in einen Freudentamul aus, wenn man den flauschigen Bademantel nebst dazu passenden Pantoffeln in Augenschein nimmt. Kurzum, die Freude über den neuen Lebensstandard wird weniger und schließlich hat man sich an all den Luxus genauso gewöhnt, wie man früher die Ausstattung der Drei-Sterne-Hotels oder der Jugendherberge gewöhnt war. Die Studie zeigt, dass wir die Macht der Gewohnheit nicht unterschätzen sollten. Doch damit nicht genug. Die Lotteriegewinner empfanden im Vergleich zur Kontrollgruppe sogar weniger Freude an alltäglichen Erlebnissen. Offensichtlich schmälert also die Höhepunkterfahrung eines Lotteriegewinns nach folgende gewöhnliche Freude des Alltags. Solche Kontrasteffekte tragen neben Gewöhnungseffekten dazu bei, dass Lotteriegewinner auf lange Sicht nicht glücklicher sind als wir Autonormalverbraucher. Und noch etwas gilt es zu bedenken. Wenn wir uns an einem neuen Zustand gewöhnen, geht dies nicht nur mit verringerten positiven Emotionen einher, sondern auch mit steigenden Erwartungen. Das Ideal von dem, was man für ein gutes Leben braucht, steigt nämlich genau in dem Maß an, wie man sich diesem Ideal nähert. Und jedes Mal, wenn wir uns einem erwünschten Zustand nähern, führen Gewöhnungen und steigende Erwartungen also dazu, dass wir nicht zufriedener sind als zuvor. Auf diese Weise laufen wir immer weiter und kommen nie an. Die Wissenschaft spricht daher auch gerne von der hedontischen Tretmühle, in der wir unserem Ziel glücklich zu werden beständig hinterherrennen, wie ein Hamster in einem Laufrad. Allerdings gewöhnen wir uns nicht an alles. Einige Lebensereignisse haben die Kraft, unser Glücksniveau langfristig zu beeinflussen. Nach dem Verlust eines Ehepartners beispielsweise oder schwerwiegende Krankheiten oder Langzeitarbeitslosigkeit. Nach solchen Ereignissen kehren wir nie wieder vollständig zu unserem Ausgangszustand zurück. Und dann gibt es da noch diese Ereignisse, die selbst nach vielen Jahren nichts von ihrem positiven Effekt einbüßen. Einen guten Freund zu treffen, ist immer wieder aufs Neue belohnend. Denn die positive Erfahrung wird mit jedem weiteren Konsum erneuert. An gute Freunde gewöhnen wir uns also glücklicherweise nie. Tja, und was lernen wir daraus? Während die meisten Lebensereignisse über die Zeit ihren anfangspositiven Einfluss auf uns verlieren, steigern Aktivitäten, die man um ihrer selbst Willen ausführt, immer wieder aufs Neue unser Glück. Anstatt auf die Beförderung sollten wir also lieber auf unsere soziale Beziehung setzen. Denn sie sind Quelle beständiger Zufriedenheit. Wer sein Glück hingegen von Auszeichnungen, Jobpositionen oder Gehaltszahlungen abhängig macht, der setzt definitiv aufs falsche Pferd. Denn die Macht der Gewohnheit und unsere steigenden Erwartungen sorgen dafür, dass wir nie ankommen am Ziel unserer Träume. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Weiterempfehlung, damit möglichst viele Menschen meinen Podcast Be Yourself auch hören können und ich sie dabei unterstützen kann, zurück zum Glück zu finden. Damit auch sie das Leben führen können, das wirklich zu ihnen passt. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, wo auch immer du ihn verbringst, dein Dennis. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, bis zum Glück zu sein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020